Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich auch, der Urlaub war cool. Jetzt geht es mit neuer Kraft weiter und wir starten mit einer Wandererweisheit. Eine typische Wandererweisheit sagt, wenn es Berge gibt, gibt es irgendwann auch Täler und umgekehrt. Und tatsächlich, so simpel und blöd, wie das klingt, ist es ehrlicherweise unsere Lebenserfahrung. Nach Freude kommt Leid oder nach Leid kommt Freude. Wir wissen, dass es nicht nur Siege gibt, es gibt auch Niederlagen. Und genauso gibt es eben Gipfelerfahrungen, aber es gibt eben auch Talerfahrungen. Und ich glaube, dass das Leben genau so ist, wie es sein soll, weil ein afrikanisches Sprichwort sagt, und das finde ich richtig cool, als ich das gefunden habe, wenn es immer nur Sonne gibt und nie Regen, dann ist die Wahrheit die, dass es irgendwann nur noch Wüsten gibt. So, das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen diese großartigen Erlebnisse, wo wir richtige Highlights setzen, aber wir brauchen tatsächlich auch die Täler. Nur höher macht es auch nicht. Und ich glaube, wenn wir das in unsere Erfahrungen hineinkriegen, dann merken wir, Gott hat sich was dabei gedacht. Und ich möchte mit dir diesen Gedanken einfach ein bisschen weiterführen. Warum gibt es Täler? Warum haben wir diese Tiefpunkte? Warum müssen wir manchmal tief durch? Und dazu ist einfach cool, sich anzugucken, was macht Täler aus? So typische Talerfahrungen. Das Erste, was mir dabei einfällt, ist, sie treffen einfach jeden. Es ist völlig unparteiisch. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Sie treffen einfach, wann immer sie wollen. Und das ist auf der einen Seite cool. In der Bibel sagt Jesus mal, er lässt die Sonne scheinen über die Gerechten und die Ungerechten. Und es regnet auch genauso über die Gerechten und die Ungerechten. Es kommt und wir werden damit uns auseinandersetzen müssen. Das ist mal die erste Wahl. Die zweite ist, Täler sind unvermeidlich. Das weiß jeder, der schon mal gewandert ist. Und so ist es in unserem Leben auch. Es kommen Herausforderungen. Jesus hat das mal gesagt. Er hat gesagt, in dieser Welt haben wir Bedrängnisse. In dieser Welt haben wir Ängste. In dieser Welt gibt es diese Talerfahrung, wo wir tief durch müssen. Und es ist gut, wenn man sich darauf einstellt. Das Dritte, was mir einfällt, ist, Täler sind unberechenbar. Du kannst sie nicht planen. Sie kommen einfach irgendwie in dein Leben rein, diese Erfahrung. Das ist so wie mit der Autopanne. Die kannst du nicht planen. Die kommt einfach und dann bist du herausgefordert, sie irgendwie anzupacken und eine Lösung zu finden. Was mich besonders beruhigt ist, die Tatsache, Täler sind zeitlich begrenzt. Es gibt immer ein Ende am Tunnel. Es gibt immer ein Ende dieser Täler. Das ist eine Riesenwahrheit und eine Riesenberuhigung. Am Ende gibt es einen Ausgang. Und das ist wichtig, wenn du gerade in so einer Situation bist und du denkst, ey, das hört nie auf. Doch, die Täler hören auch wieder auf. Und die letzte Wahrheit ist, Täler haben einen Sinn. Diese Talerfahrung, wo wir tief durch müssen, sie fördern und sie formen unseren Charakter. Und Gott ist ganz offensichtlich viel mehr an einer starken Persönlichkeit interessiert, als an deiner Gemütlichkeit und an deiner Bequemlichkeit. Und Gottes Absicht ist es ja auch, uns am Ende nicht für den Rollstuhl oder den Schaukelstuhl vorzubereiten, sondern uns tatsächlich aufs Leben vorzubereiten. Und er sagt, dass wir dem Bild Jesu eilig werden sollen. So, ich glaube, Gott nutzt diese Täler. Er macht sie nicht, aber er nutzt sie, um uns tatsächlich in unserem Leben nach vorne zu bringen. Martin Luther hat mal gesagt, ich setze das ein bisschen netter in Szene, Gott kann aus jedem Dreck immer noch Gold machen. Und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, die wir entdecken, wenn wir durch so ein Tal gehen. Ich will mit diesem Psalmwort, weil wir sind bei diesem Psalm, ich will mit diesem Psalmwort starten, das jeder von uns wahrscheinlich in der Schule schon gehört hat. Psalm 23. Und natürlich, die meisten Leute kennen den Anfang, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann gibt es diese Passage, die tatsächlich auch jeder kennt. Nämlich Vers 4, wo es heißt, Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal oder durchs finstere, dunkle Tal oder durch das Tal der Todesschatten. Was passiert, wenn wir da durchlaufen? Genau, und jetzt kommt der spannende Moment. Da steht nämlich, fürchte ich kein Unglück. Das heißt, ich habe gar keine Angst vor diesen Tälern, sondern ich weiß, hey, diese Täler werden das Beste freisetzen. Und tatsächlich, wer sich den Text genauer anschaut, wer sich die Geologie, die Gegebenheiten dort anschaut, der stellt fest, diese sogenannten Todesschluchten, das waren sogenannte Vadis. Vadis sind lichtlose Schluchten wie Tunnel, die sich bilden, wenn das Wasser von oben runterkommt, von dem Berg, dann höhlen sie das aus. Und die Hirten nutzen diese Wege, um ihre Schafe durchzuführen, um sie auf die nächsthöhere, saftige Bergwiese zu führen. So das Ziel, durch ein dunkles Tal zu gehen, durch diesen Todesschluchtenweg zu gehen, ist nicht darin zu bleiben, ist nicht darin, die Schafe zu erschrecken, sondern es ist tatsächlich der schnellste und der direkteste Weg auf die nächsthöher gelegene Bergwiese. Nimm diesen Gedanken rein in dein Herz. Immer, wenn Gott dich durch ein Tal gehen lässt, ist sein Ziel, dich auf die nächsthöhere Ebene zu bringen, dir eine neue Tür, eine neue Perspektive, eine neue Weite zu geben, eine neue Erfahrung zu geben, eine neue Dimension zu öffnen. So, Tela, solltest du mit einem ganz lauten und fröhlichen Halleluja begrüßen, weil du weißt genau, das Ziel ist, Gott werde ich ganz neu erleben. Es wird ein Wunder sich freisetzen, es wird ein besonderer Segen da sein, es wird eine besondere Offenbarung da sein. Gott wird sich mir ganz neu zeigen und erkenntlich machen. Und Leute, darum geht es. Gott kommt nicht, um dich durch irgendwelche Täler zu jagen, weil er nichts Besseres zu tun hat, sondern sein Ziel ist immer, dir eine neue Perspektive seiner Größe und Liebe zu zeigen. So, nimm das hin. In dein Herz, jedes Tal ist ein verborgener Segen. Und dafür musst du dich entscheiden. Wusstest du, wo das Wort Entscheidung herkommt? Es kommt daher, dass man aus der Scheide etwas herausziehen muss, nämlich aus dieser Scheide, das hat was mit Kriegs und Waffen zu tun, aus dieser Scheide muss man das Schwert rausziehen. Eine Entscheidung heißt, nimm dein Schwert, zieh es aus der Scheide raus und setz dich in Bewegung und stell dich dem Kampf. Entscheidung. Das Schwert raus und hinein in den Kampf gehen. Was für ein tolles Wort. Und so will ich mit dir zusammen mal so ein paar Täler, die uns die Bibel zeigt, durchgehen. Das erste Tal in 1. Mose 14 ist das Tal von Siedem. Das liegt bei Sodom und Gomorra. Und dieses Tal, Sodom und Gomorra, kennen wir, das ist sprichwörtlich, bei denen sieht es aus oder bei denen ist es wie bei Sodom und Gomorra. Das ist das Bild für moralische Verwerflichkeit. Das ist das Bild eigentlich für Sünde. Und jeder von uns geht durch dieses Tal der Sünde. Und tatsächlich, wenn du dein Leben anguckst, kannst du dich an eine Menge Situationen erinnern, wo du weit am eigentlichen Ziel Gottes vorbeigeschossen bist. Wo du Menschen verletzt hast, wo du dich selber verletzt hast, wo du die Gesetze Gottes gebrochen hast, wo du dir selber unglaublich viel Elend und Leid zugefügt hast, wo Verdammtes und Schuldgefühle in dein Leben reingekommen sind und du gehst durch diese Täler und du würdest dir wünschen, irgendwie könntest du aus dieser Schuldnummer wieder rauskommen. Und tatsächlich, Gott lässt uns durch diese Täler der Sünde, er geht mit uns dadurch. Hast du das gewusst? Gott geht mit uns durch die Sünde hindurch. Jesus nahm die Sünde auf sich. Er geht mit uns dadurch, um uns in diese neue Ebene der Liebe, der Vergebung, der Annahme der Gotteskindschaft zu führen. Und das finde ich so unglaublich beeindruckend. Wenn wir in diesem Tal drin sind, hey, verzweifle nicht, sag nicht, Mann, wie konnte ich nur? Oder hey, ich dachte, ich bin besser. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die ich hatte mit einer jungen Dame. Sie kam nach dem Gottesdienst auf mich zu und sie war wirklich eine lebenslustig aussehende Dame. Und sie sagte, Pastor, ich brauche ein Gespräch mit Ihnen. Und ich schaue sie an und denke mir, was braucht so eine Frau? Hey, die sieht toll aus, die hat eine tolle Ausstrahlung, bei der ist alles richtig. Und dann guckt sie mich an und sagt, glauben Sie, dass Gott mich lieben kann? Und ich dachte, warum nicht? Und sie sagt, wissen Sie, ich arbeite schon eine ganze Weile beim Escort-Service. Ich bin eine von den Frauen, die Männer mieten können, um dann sich mit ihren Trieben an mir abzureagieren, mich dafür zu bezahlen. Und dann war es das. Und ich gestehe, ich hatte so ein bisschen den Schock im Gesicht. Ich hätte alles Mögliche erwartet, nur nicht so eine Offenbarung. Und sie schaut mich an und sagt, ich weiß, das ist total falsch und ich fühle mich schuldig. Und ich weiß, meine Großmutter hat mit mir als kleines Mädel, hat sie gebetet. Ich weiß um die Wahrheiten Gottes, ich weiß um richtig und falsch und ich weiß, ich bin hier in Sünde. Glauben Sie, dass Gott für mich eine Chance hat? Und ohne, dass ich lange nachdenken musste, kam das raus und ich habe gesagt, wissen Sie, Gott ist für Sünder gekommen. Gott ist für Sünder gestorben. Die Bibel sagt, er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Jesus liebt uns, weil er weiß, wir sind Sünder und weil er weiß, wir brauchen seine Gnade. Und tatsächlich muss manchmal diese Sünde in unserem Leben so groß werden, bis wir irgendwann wach werden und sagen, ey, genug beraubt, genug vom Teufel niedergemacht, genug vom Teufel ausgebeutet. Ich will zurück zu meinem Vater im Himmel. Und wenn das Ihr Punkt ist, herzlich willkommen. Ich glaube, Sie sind genau richtig. Und ich denke, das ist diese Perspektive, die wir in diesem Tal Siddem erleben müssen, wenn wir merken, hey, Gott ist ein Gott der Gnade und ein Gott der Vergebung. Und das lernen wir. Dieser Hirte nimmt uns, führt uns raus aus unserer Sünde, aus unserer Schuld und bringt uns rein in die Vergebung und bringt uns rein in die Gotteskindschaft. Wow, was für ein Talerlebnis und was für eine neue Ebene, in die wir reingehen dürfen. Das zweite ist das Tal Eschkol in 4. Mose 13. Das war das Tal, durch das die Kundschafter gehen mussten, um im gelobten Land zu sein. Und dort in diesem Tal fanden sie diese Mega-Trauben, diese tolle Verheißung erfüllte sich vor ihren Augen, dieses Land von Milch und Honig, von unglaublichem Überfluss. Und sie brachten diese Traube mit, sie brachten diesen Beweis mit, ja, Gott ist unglaublich groß. Und in diesem Tal entschied sich dann, wo sie leben wollten, wo sie sein wollten. Dummerweise trafen sie in diesem Tal die Entscheidung, nein, wir wollen lieber zurück nach Ägypten. Das kennen wir, das ist bequem, da fühlen wir uns zu Hause, da müssen wir nicht wirklich was machen, was uns anstrengt. Da brauchen wir ehrlicherweise auch keine übernatürliche Hilfe Gottes. Diesen Sklavenzustand, den kriegen wir alleine geregelt. Und ich glaube, in jedem Leben gibt es dieses Tal, wo wir uns entscheiden müssen, raus aus unserem alten Leben. Nicht nur, mir sind meine Sünden vergeben, sondern dieses neue Leben anzupacken und zu sagen, Gott, was ist deine Bestimmung für mein Leben? Was ist deine Berufung? Und Gott, wo ist das gelobte Land, das ich einnehmen soll? Wo sind die Begabungen und Talente in meinem Leben, die ich einbringen soll, um deine Sache, um wirklich das Gute in dieser Welt nach vorne zu bringen? Und dann stehen wir vor dieser Entscheidung. Hey, zurück ins Bequeme oder hinein in dieses Abenteuer mit Gott. Ich mag diese Lebensbeispiele. Dieser Mann, wahrscheinlich einer der besten Orgelspieler, die Europa je hervorgebracht hat. Mann der Theologie nebenbei studierte. Einer, der zu der Crème de la Crème gehörte. Und dieser Mann entdeckt irgendwann für sich diese Lehre in berühmt sein. Und denkt sich, hey, war das mein ganzes Leben? Musik machen ist nett, aber was davon bewegt wirklich Menschen? Wo bin ich tatsächlich jemand, der sichtbar Veränderung schafft? Und er studierte Medizin und ging nach Afrika, nach Lambarene, Dr. Albert Schweitzer, und er veränderte tatsächlich seine Welt. Ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir alle in unserem Leben spüren. Gott hat uns ausgestattet mit Talenten, mit Gaben, mit Zeit, mit Möglichkeiten. Was machst du damit? Willst du zurück nach Ägypten? Willst du zurück in diese alte Bequemlichkeit? Oder sagst du, Gott, ich glaube an eine Zukunft mit dir. Ich glaube daran, dass du für mich Bestimmung, Hoffnung und Zukunft hast. Und ich gehe mit dir. Egal, was es mir bringt. Diese kleine, nette Nonne, die Lehrerin war, an dieser Schule für höhere Töchter. Es war ein nettes Leben. Und irgendwann spürte sie, hey, das war nicht meine Bestimmung. Und sie kommt an diesen Punkt, wo sie sich aus ihrem Kloster rausbewegt, in die Slums von Kalkutta geht und Mutter Teresa wird Geschichte. Es gibt immer, auch in deinem Leben, diesen Moment, wo du sagst, hey, wo ist meine Bestimmung? Und dann kommst du aus dem Tal raus und kommst auf eine neue Ebene. Auf eine neue Dimension, in ein neues Tor der Möglichkeiten Gottes. Das dritte Tal ist das Tal von Elah. Das finden wir in 1. Samuel 17. Das ist dieses Tal, wo David dem Riesen Goliath entgegentritt. Und jeder von uns kennt dieses Tal, wo du plötzlich dich mit Riesen auseinandersetzen musst. Und auch hier gibt es diese beiden Möglichkeiten. Hier ist wieder diese Entscheidung. Will ich in dieser Opferrolle bleiben oder werde ich ein Lebenseroberer? Opfer werden heißt, ich fliehe. Ich habe Angst vor diesen Herausforderungen, vor diesen Schwierigkeitsriesen, die da sind. Und dann ziehe ich mich zurück. Und irgendwann sind wir die Gefangenen unserer Angst. Am Ende nur noch in unseren vier Wänden, weil vor allem anderen, vor jeder anderen Herausforderung haben wir innerlich schon kapituliert. Was für ein elendes Leben. Und auch da bist du in so einem Tal. Hast du so eine Erfahrung dieser Schwierigkeit, die scheinbar unmöglich ist. Die scheinbar so unglaublich groß ist, dass sie dich völlig überfordert. Und hier entscheidest du dich zu sagen, mit wem will ich durch dieses Tal gehen? Und in dem Augenblick, wo sich David entschied, ich will glauben, dass Gott größer ist und wir werden diesen Riesen packen, veränderte das nicht nur sein Leben, sondern es veränderte die ganze Nation. Es veränderte alles und am Ende erscheint David im Stammbaum von Jesus Christus. Er wird einer dieser Urväter, die Glauben freisetzen. Und wenn du gerade in so einem Tal der Schwierigkeit bist und du fragst dich, soll ich fliehen oder soll ich kämpfen? Hey, vergewissere dich, dass Gott auf deiner Seite ist. Und wenn er für uns ist, wer kann gegen uns bestehen? Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, die wir in unserem Leben erkennen müssen. Das vierte Tal, das ist das Tal Kidron. Kidron, das war das Tal von Jerusalem ausgehend, wo der größte Friedhof Israels war. Hier lagen all die sogenannten bekannten Helden, Helden wie Simson, wie Samuel, Jakobus. Es gibt diese Täler des Todes und des Leidens. Und auch in diesen Tälern entscheidet sich wieder, wo wollen wir hingehen? Wollen wir dieses Tal zu unserem Zuhause machen oder merken wir, Gott geht mit uns durch dieses Tal? Er hat nie gesagt, dass es in diesem Leben kein Leid geben wird. Aber die Frage ist, was machen wir aus diesem Talerlebnis? Mir fällt sofort so ein Mann wie Josef ein, der einen Riesentraum hatte und dann erlebt, wie dieser Traum Stück für Stück abgebaut wird. Wie scheinbar die Kräfte des Bösen gewinnen, ihn am Ende ins Gefängnis sperren. Aber Gott hat einen Plan und er hält glücklicherweise an diesem Plan fest. Er kommt über das Leid hinaus, indem er sich auf Gott und Gottes Möglichkeiten verlässt. Und das Ende vom Lied ist, er ist der große Befreuer. Er wird der stellvertretende Pfarrer, der Leiter der ganzen Welt und er führt das ganze Volk raus aus Not rein in eine Zeit des Segens und des Wohlstandes wie niemals zuvor. Was machst du, wenn du im Leid bist? Du kennst wahrscheinlich dieses wirklich uralte Gedicht von den Spuren im Sand, wo jemand sein Leben sieht wie so eine Spur, die durchs Sand läuft. Und neben dieser Spur sieht er Gottes Spur und er merkt, in den wirklich schwierigen Phasen ist nur noch eine Spur sichtbar. Und er versucht, das irgendwie gedanklich zusammenzubringen und kommt auf die Idee und sagt, hey Gott, wieso hast du mich verlassen? Wieso ist da nur die eine Spur? Wieso da, wo es schwierig ist, bin ich alleine? Und Gott sagt zu ihm, hör mal, da, wo du nur die eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. Das ist der Moment, wo wir merken, ja, wir werden in unserem Leben auch durch so Täter des Leidens, des Verlustes gehen. Aber die Frage ist, mit wem gehen wir zusammen? Von wem lassen wir uns führen und wer wird uns tragen? Ein weiteres Tal, das fünfte Tal ist das Tal Achor. Das heißt Unglück. Wenn wir das in der Geschichte anschauen, in Joshua 7, ist da ein Mann, sein Name ist Achan. Gott hatte dem Volk eine klare Perspektive gegeben, sich nichts von dem Götzenzeug der Völker zu nehmen. Aber er dachte, hey, ist nicht so wild, ich mache einfach genau das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat. Dieses selbst verursachende Leid, in das wir uns reinbringen können. Dieses Unglück, das wir auf unser Leben ziehen, indem wir uns bewusst gegen den Willen Gottes stellen. Und wir alle kennen solche Entscheidungen in unserem Leben, wo wir genau wussten, was der Wille Gottes ist. Wir genau wussten, was richtig gewesen wäre und wir entscheiden uns fatalerweise dagegen. Ich erinnere mich an diese junge Frau aus christlichem Elternhaus, die wusste, sie hätte sich einen Ehemann suchen sollen, der tatsächlich auch biblische christliche Werte übernimmt. Sie dachte, sie muss jemand anderen heiraten und das Elend brach über sie herein. Von verprügelt werden und furchtbare Zeiten mitgemacht. Und jeder von uns weiß das. Dinge, wo wir genau gewusst haben, hey, mach es nicht. Und das Unglück kommt. Und wir gehen durch dieses Tal des Unglücks. Und wir wissen, hey, der Einzige, der daran Schuld hat, sind wir selber. Und ich bin so dankbar, dass Gott auch mit uns durch diese Täler des Unglücks geht, um uns rauszuholen. David, dieser König, dieser großartige König ist ein Beispiel dafür, der in den Ehebruch fällt mit Bathseba. Und der am Ende entdeckt, hey, ja, ich habe mich in dieses Leid reinbewegt. Ja, ich habe das Elend verursacht. Und ich komme und ich brauche Gnade Gottes und ich brauche Vergebung Gottes. Und es ist so großartig. Gott kommt mit seiner Gnade. Und ihr lieben Freunde, das ist der Punkt. Und wenn wir in diesen Tälern des Unglücks merken, hey, das kann nicht der Wille Gottes sein. Hier ist nicht mein wirkliches Zuhause. Und wir werden wach und wir gehen zu Gott zurück. Dann erleben wir, dass da, wo die Sünde groß geworden ist, die Gnade umso mächtiger geworden ist. Und das ist diese großartige neue Perspektive, die wir durch dieses Tal durchgehen. Merken wir, hey, da gibt es eine neue Ebene. Gott wird mir ganz neu groß als dieser Gott der Gnade. Was für eine schöne Wahrheit. In Hosea 2, Vers 17b steht, Und ich werde das Tal Achor, das Tal des Unglücks, in das Tor der Hoffnung verwandeln, spricht der Herr. Das gefällt mir. Gott verwandelt das und bringt uns in eine neue Ebene seiner Liebe. Das sechste Tal ist das Tal Gehenna. Gehenna war ehrlicherweise die Müllkippe Jerusalems. Hier brannte immer Feuer. Und die Gehenna, dieses Tal, ist ein Bild für Gericht. Und tatsächlich sagt die Bibel im Hebräerbrief im 9. Kapitel, es ist jedem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und ich finde, das ist so unglaublich fair. Die Bösen kommen mit ihrem Zeug nicht ihr Leben lang durch, sondern es gibt diesen Tag des Gerichts, wo jeder zur Verantwortung gezogen wird. Und wo wir klar machen, hey, wo ist unser Leben hingegangen? Was haben wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, gemacht? Und ich glaube, das ist gut. Und wenn wir wissen, dass wir mit Gott in diesen Gerichtssaal gehen und er unser Fürsprecher ist, können wir uns entspannen. Ich war am Bett eines alten Mannes und er war im Sterben. Und er zitierte, kurz bevor er starb, nochmal dieses Psalmwort. Und ob ich auch wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das war seine Sicherheit. Er sagt, hey, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich habe keine Angst vor dem Tod, denn ich weiß ja, Jesus hält meine Hand. Und ich saß neben ihm, ich hielt seine Hand und wir beteten zusammen diesen Psalm. Und ich wusste, jawohl, dieser Mann hat was verstanden. Es gibt dieses Todestal, da werden wir alle nicht dran vorbeikommen. Aber der entscheidende Punkt ist, wer geht mit dir da durch und wer geht aus dem Tod in die Herrlichkeit mit dir? Das ist die nächste Ebene, das ist diese Bergwiese, wo dich der gute Hirte hinbringen wird. In die Herrlichkeit, das ist dein eigentliches Zuhause, das ist dein eigentliches Ziel. Und ich bin beim letzten Tal. Das finden wir in Offenbarung 16, Vers 16, das ist das Tal Jesrael. Es ist weltberühmt geworden und es wird noch weltberühmt werden. Weil das ist das Tal, wo unter der Führung des Antichristen eine Riesenarmee gegen Israel aufstehen wird, um Israel zu zerstören. Und das wird der Moment sein, wo Jesus wiederkommen wird. Hamagedon, so heißt dieser Ort, ist besonders für Verschwörungstheoretiker ein echt wichtiger Name geworden. Aber für uns, die wir Christen sind, ist das der Name, an dem wir klar machen, ja, es wird dieses Tal geben. Ja, es wird diese Endezeit anbrechen. Ja, der Böse wird kommen und wird versuchen, die Herrschaft der Welt an sich zu reißen. Aber wir wissen, das wird der Moment sein, wo Jesus wiederkommt. Die ersten Christen haben sich so miteinander begrüßt. Sie haben dieses Wort geprägt, Maranatha, das heißt auf Deutsch, der Herr kommt wieder. Und ihr lieben Freunde, wir werden auch durch dieses Tal gehen. Ja, wir wissen nicht, ob es in unserer Zeit ist, ob es in irgendeiner anderen Generation ist. Aber wir werden durch diese Zahl, durch diese Zeit des Endes gehen. Und dieses Tal wird ein Bestandteil sein. Aber auch hier ist nicht das Tal die eigentliche Bestimmung, sondern durch dieses Tal gehen wir hinein in die Herrlichkeit. Das wird der Moment sein, wo Jesus alles Leid zu Ende bringt, wo der Böse alle seine Rechte verliert, wo die Tränen abgewischt werden, wo das Leid abgetrocknet wird, wo wir in die Herrlichkeit Gottes gehen, wo diese Hochzeit stattfindet, wo Jesus mit all seinen Leuten, die ihn lieben, zusammen sein wird, wo es kein Tag, keine Nacht mehr gibt, wo wir in Herrlichkeit mit Gott zusammen sein werden. Das ist die Ebene, in die wir hineingeführt werden sollen. Und ein altes Lied sagt, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehen werde. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. Und die Frage ist, hast du Angst vor dieser Zeit oder weißt du, wer dich bei seiner Hand genommen hat? David Wilkerson erzählt diese Story immer wieder. Er hatte Angst vorm Fliegen, aber aufgrund seiner Reisetätigkeit musste er manchmal von einer Ecke des Landes ins andere, in die andere Ecke und dazu war das Flugzeug einfach das beste Bewegungsmittel. Und in diesem Flug ging alles schief, was schief gehen konnte. Sie kamen in einen Sturm, sie kamen in Turbulenzen, sie fielen in Luftlöcher, die Leute spuckten in ihre Tüten, es war ein furchtbares Chaos in diesem Flugzeug und ihm war wirklich Angst und Bange. Und plötzlich fiel sein Blick auf ein kleines Mädchen, das relativ entspannt in ihrem Sitz saß, ein Buch vor sich hatte, mal einschlief, mal im Buch rumkruschelte, dann wieder was anderes machte und es war ihr völlig egal, was gerade um sie herum passierte. Als das Flugzeug gelandet war und man auscheckte, war das Mädel ganz kurz vor ihm und David Wilkerson ging auf das Mädchen zu und sagte, Schatz, hattest du keine Angst? Und sie sagte, nein, mein Papa ist doch der Pilot und er hat uns nach Hause gebracht. Und Wilkerson sagt, das traf ihn wie ein Blitz. Leute, das ist der Punkt, wenn wir durch dieses Tal gehen, ist die entscheidende Frage, wer ist mit uns und wer bringt uns wohin? Gott sagt, wenn du durch das dunkle Tal gehst, fürchte kein Unglück, denn ich bin bei dir. Mein Stecken und Stab trösten mich. Ich bereite vor dir schon einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Gott ist dabei. Er bereitet alles vor. So, wenn du das nächste Mal dich in einem Tal befindest, wie immer es heißt, hör auf dich zu fürchten, wisse, Gott ist an deiner Seite, geh mit ihm gerade durch und staune, wo er dich auf die nächste Ebene, in die nächsten Möglichkeiten, in den nächsten Segen, in das nächste Wunder, in die nächste Entwicklung hineinbringt. Und dank ihm jetzt schon dafür, dass er der Gott ist, der dich aus jedem Tal immer in die Höhe bringt. Sei gesegnet in dieser Woche.